Dann schauen wir mal, es sieht so aus, als wäre Ronny in Position, dann gehen wir wieder auf unseren Platz. Ronny, bist du fertig? Bereit. Dann startet jetzt der erste Rekordversuch von Ronny. Okay, drei, zwei, eins, go! Oh, schon ein dynamischer Antritt. Was, äh... Was, äh... Das würde... Warte, ich muss mal die Sorte wohl aufnehmen. Das ist ja... Ronny, wenn man es versuchen würde, mit dem Computer zu berechnen, als Grafik, würde man es wahrscheinlich nicht so gut hinbekommen wie du. Ich bin kein Fachmann, aber ich würde mal sagen, das sieht mir ziemlich nach einem neuen Weltrekord aus. Keine Ahnung. Ich hab's mir angeschaut, das war absolut, absolut unglaublich, wirklich. Also perfekt, besser geht's nicht. Der alte Rekord war 27 Zentimeter, der neue ist 26. Ein neuer Guinness World Record! Juhu! Großartig! 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 So bist du schnell! Großartig! So wie schnell geht das denn? I don't know! ном Thank you! Ja, aber... Das ist jetzt nicht mehr. Ja? Aber das hat funktioniert! Ja... Ja! Oh! Juhu! Oh, mein Mann! Juhu! 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 Vielen Dank.